So, direkt geht's auch weiter, ein bisschen überzogen. Ich hatte auch schon letztes Mal so eine Folge, die etwas kürzer war und dann auf einmal so eine fast 20-minütige Folge. Ah ja. Passiert und kommt nun mal vor, wenn ich nicht auf die Zeit achte und dann wirklich da irgendwas mache, passiert das nun mal. So. Kamikaze. Aua. Tschüss. Jetzt haben wir einen kleinen Kobold dran. Das ist das, wie wir gleich mal in eine Runde heilen. Kaboom. Auaund, let's go. Let's go. Jetzt sind wir noch den Doktor Schleim, Platte sah. Da will eine Runde out, Jungis Level 11. Ah, jetzt bin ich überlegen, sechs Punkte, machen wir mal durchgehend auf die Sense. Weil ich da jetzt Bock drauf hatte. Schutztruhe. Schuppschild. Hätte ich auch nicht kaufen müssen. Habe ich jetzt aber. Da hinten ist nix. Ich glaube, mal schauen, ob ich jetzt einen oder zwei Feinds noch damit kriege. Aber ich glaube eher nur einen. Ja, das wird jetzt ein Feind sein. Dann geht es schon wieder fast nach ganz oben hin. Kaboom. Aber die AP reicht doch nicht aus. Und tschüss. Naja, komm, wir heilen auf. Ich habe doch bei der Schuppen Schilder, ja. Schauen wir da oben. Oh. Hallo. Ich bin aus 200 schillernden Juwelen. Du. Nein. Mach es nicht. Hallo. Schäm dich. Ich bin aus 200 schillernden Juwelen. Nein, nicht die schöne Fackel in dem Haus. Ja, genau, räum mich doch noch um. Bist du Wugby-Spieler? Aber das ist Jessica, wir sehen's. Und in der Statue steckt die Stimme von Alistair. Soll ich dich, die Stimme von Alistair. Nachdem ich sterbe, eine Partie meiner Säule ist bereit, sich in diesem, selbst als ich mit dir spreche, aber die Macht, die mich hier hier beginnt, sich zu verbreiten. Zeit ist sicher. Schau mal in die Statue. Der Tag, in der ich sterbe, die Tür war bereits offen. Ich dachte, es war strahlt. Das ist, wenn ich sie gesehen habe. Was hat er gesehen? Ich seh jetzt nix, ich weiß auch nicht warum. Oh. Fehler. Bildfehler? Oder Allgemeinfehler? Bildfehler. Such a... Pity? What are you talking of? Me? I am Dolmagus. And I was referring to the Fragility. Fragility? What the... My... My sword. Nein, die Sehnedi ist kaputt. Such a pity. A terrible pity that a shining youngster... So hat Dolmagus ihn getötet. So hat Dolmagus ihn getötet. Dolmagus! I... What? You won't forget my name. You're too... I can't tell you the favor. And now, let us finish this. Traurig werde. Hm. Er hat ihn getötet anscheinend, aber das Bild ist ein bisschen fail. Hm. Ein bisschen kacke, würde ich sagen. Es liegt wohl daran, dass es wirklich so eine deutsche gepatchte Version ist. Hm. In honor. You may rest assured. Scheiße, würde ich sagen. Und schade um die Szene, ich hätte sie gern gesehen. Jetzt hoff mal nicht ganz, dass das ganze Bild jetzt so ist. Das ist natürlich blöd, das finden wir jetzt gleich raus. Ist es nicht? Oh, alle da. Ja. Nicht traurig sein. Nein! Alle... Eine letzte Sache, Jess. Mother may try to stand in your way. Let's follow your heart. And do as you must. Äh, die wird ja mit uns sehr wohl mitgehen, ne? Oh, nicht traurig sein. Was ja mit mir tribe, wenn du da nicht? Das升eln da nicht. Was ja mit mir sage. Was ja mit mir kaputt, sieht zu. Ja mit dir war. Ich habe den clue von dir. Genial Das Café. Ich glaub, der hätte gar nicht erkannt, dass er dahinter war. Oder sicher schocken, dass er dahinter war. Jessica, nicht traurig sein. Komm schon. Sie weint immer noch aus, sitzt auf dem Boden und weint leise. Nimm noch die Juwelen und hau einfach ab. Ähm... Was denn? Ich muss wirklich für meine Verhältnisse entsprechen. Wir sprechen später. Aber ich muss jetzt allein sein. Ja, wir sehen uns im Dorf. Äh... Vielleicht kommen wir auch... Na, daheim will ich jetzt nicht. Ich will, äh... Lass mal schnell hier reisen. Da hab ich dann noch zwei Stück von. Benutzen... Alexandria... Stoße den Kopf. Oh, ist das doch nicht wahr. Kann ich denn... Hintertür? Ah, da sind wir gleich draußen. Super. Dann gehen wir jetzt zur Stadt zurück. Hätte ich das erst eingesetzt. wissen wir auf jeden Fall Bescheid, dass wir mit Hintertürchen... da schnell rauskommen. Tschüss. Du willst doch nicht überleben. Nee, 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 nee. Ich glaube... Nein, hartig sein. Jetzt nur noch der kleine Knilch und der ist weg. Jetzt gehen wir zur Stadt und zu Jessica. Und ruhen uns dann noch eine Runde aus. Damit wir auch danach weiter fortführen können. Nach Port Prospekt. Oder Pro... Procept. Irgendwie sowas war das Port Procept. Egal, Hauptsache dahin. Zum Port. Zum Port. Zum Portemonnaie. Hm... Natürlich schwieriger Fall. Egal. Irgendwann drauf. Also ob 24? Sie sind schon down? Okay. Süßen Odem. Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Wenn ich keinen Schaden nehme, bleibe ich wach. Ach, schlafe ich ein. Oh, Glück gehabt. Wenn ich auch beide schlafen ein. Nimm einfach den Pilz. Ah, ich dachte wieder wach. Ah, Gott sei Dank. Schläft? Ah, dann nehmen wir den Pilz, würde ich sagen. Schläft immer noch. Tschüsselüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü schoss ihn ins Knie und er konnte sein Abenteuer nicht weiterführen. So. Ding erledigt.